Die Zukunft macht uns manchmal Angst. Man fragt sich, wie geht es mir in fünf, in zehn Jahren? Wie geht es mir nächstes Jahr? Vieles hängt davon ab, wie Sie Ihr Leben gestalten, wie aktiv und wie bewusst Sie Ihr Leben führen. Doch es gibt auch Dinge, die Sie nicht beeinflussen können. Momente, in denen Sie Hilfe gebrauchen könnten. Tage, an denen Sie sich Unterstützung wünschen. Zeiten, in denen Sie Beistand benötigen. Einfach jemanden an Ihrer Seite. Eine helfende Hand, die für Sie da ist, wann immer Sie sie brauchen. Egal, ob kurz- oder langfristig. Dauerhaft oder nur bis zu Ihrer Genesung. Für Sie persönlich oder für Ihre Familie. Ihre ökumenische Sozialstation Sindelfingen hilft Ihnen ganz individuell. Je nach Ihren Bedürfnissen betreuen wir Sie intensiv oder auch nur, um nach dem Rechten zu sehen. In Absprache mit Ihren Ärzten übernehmen wir auch Ihre medizinische Versorgung. Wir möchten Ihrer Zukunft mehr Sicherheit geben. Opa, bleibst du für immer hier? Mit ein bisschen Hilfe. Wir sind Ihre helfende Hand. Ihr professioneller Partner für Kranken- und Altenpflege, Betreuung, hauswirtschaftliche Versorgung und vieles mehr. Wir sind Ihre ökumenische Sozialstation Sindelfingen in Ihrer Region. Wir sind für Sie da. Für weitere Informationen rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet. Ich habe es Ihnen ernst salsa, Sie haben es über die personne in der140합니다. Wir sind es auf einem guten Feuch, Ich liebe es Ihnen bei Ihnen손ellen. dich zu ihm so übernsteinstdinnen. Vielen Dank.